Und hier die Abkündigung für die diesige Woche. Am 7. November findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Das ist das Allerwichtigste, was wir zurzeit abzukündigen haben. Es wäre sehr schön, wenn alle Mitglieder sich daran beteiligen würden. Wir versuchen, dieses als ein hybrides Modell zu gestalten und warten Sie einfach noch ab. Wir sind dabei, herauszufinden, wie das wohl technisch möglich ist. Und somit können wir den Gottesdienst beginnen. Danke.